Guckt mal, was ich hier entdeckt habe. Einen Briefkasten, der so wie es aussieht gar nicht mehr geleert wird. Da oben steckt ein Telefonbuch für 2017 drin. Und unten sind einige vom Regen aufgeweichte und wieder getrocknete Zeitschriften. Weil es so viele sind, passen sie gar nicht richtig in das Rohr. Und der Kasten selbst ist vollgestopft mit Briefen und Werbeflyern. Was ist los? Warum nimmt hier keiner mehr die Post raus? Was meint ihr? Vielen Dank.